Was bisher geschah in Age of Empires 2 Divinity Edition. Was geht ab, meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires 2 Divinity Edition. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Da ist unsere Armee der Ritter. So. Nun, wir haben Vattholf das letzte Mal besiegt. Wir waren schon dabei. Die... Ja, wir haben hier noch eine Burg. Äh... Die sind alle gesammelt. Und was hast du denn jetzt wieder für ein Aufpark hier? Und was ist mit meinen Einheiten los? okay die laufen gar nicht mehr richtig hatte gerade ein update gebringt deswegen nur nein alter gut gerd die komische laufanimation dann habe ich ja mal dass wir das nicht schnell durchholen dann kann ich nicht zu hier gehen jetzt ich habe nichts zu tun ich weiß ich habe nichts zu tun 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 ja da oben haben wir Gold, oh hoppala, nur hier 6 Neustrum holt euch mal das Gold da oben das ist erstmal gar nicht so schlecht, dass ihr das habt nur das mit der Laufammulation ist halt gerade ein bisschen blöd und dumm so gut neu ist erstmal, wir können ja nicht weiter als hier vertraut sein das ist eine sehr gute Beziehung das wird wieder etwas erwähnt der Kreuz das ist die Laufmann hallo leo guten Tag naja passt doch jetzt her das war irgendwo versteckt so liebe Johanna gehen sie mal aus dem Pult da raus so die sind vielleicht am hacken die verdammten Engländer geht ihr mir nicht auf den Sack zu gehen so der hat da jetzt so jetzt lasst euch dann mal im Steuernohmissen heilen die ihr Bein auch immer ich frau das ist so lange dauern ey ich bin müde Ein bisschen aufpassen. Wäre natürlich lustig, wenn die nichts, also wir haben jetzt eine Burg zerstört. Oh, komm mal schnell hier jetzt. Ich kann noch mal ein bisschen der Grund liegen, dass ich dann mal gucken kann, was wir hier dann noch so vor uns finden. Hören wir da, ist doch eine komplette. So. Oh, perfekt. Perfekt, das läuft. Hallo Luna. Ja, genau. Also, wir brauchen ja mal die Ecke hier auf. Du brauchst gar nicht versuchen aus dem Tor rauszukommen. Ich spürt voll. Hallo. Tatsächlich da noch durch. Hallo. Ich spürt ihm den Weg, verdammt. Ich freue mich, dass du. Ich spürt ihm den Weg. Ich spürt ihn aus. Oh, oh. Verlege ich die verdammte Mauer, damit wir da durchkommen. Ich muss doch nur da durchkommen, verdammt. Ich spürt mich auf. Ich spürt ihn aus. Ich spürt ihn aus. Ich spürt ihn aus. was die kai auch so penetrant ist und sich da einfach die engländer greifen, ich weiß nicht, da muss doch jetzt nur noch was ganz klein bisschen was ich weiß nicht, ob wir jetzt zwei Reitern kommen ja, das ist kaputt da haben wir ja schon was drin ja 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 wo ran der freundenschneider ran hallo 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 Ja meine Freunde, ich hoffe ihr schaut euch mal wieder ein, würde mich sehr darüber freuen, jetzt könnt ihr gerne hier links bei mir noch die Playlist anschauen von Age of Empires 2 Divinity Edition und über mir ist natürlich die Playlist von Gassik 3. Ja meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch und sage Tschüttle, haut rein, ich bin jetzt so fest, bis dann.